ich würde sagen kommt zu mir oder ich komme noch 7 jahren mit den Häusern wie es gar nicht was macht man denn mit dem Stunbaton und kann man schlagen dazu nicht ja genau Stich macht eine Stichbewegung ich habe nichts gesagt die Halle da wir das in den Artenhäusern so gut so viel rumgelegen hat liegt hier jetzt mal gar nix ich bin in dem Polizeiding ins Kirchen was das denn so ich gucke mir jetzt noch das dritte Häuschen Tetra achso Antibiotika sind das Kondonen? ja die sah so aus die waren so bunt verpackt irgendwie hier drin liegt ein IV Starter Kit kommt dann nehme ich es mal mit dass ich zu sagen kann etwas gefunden ist aber hier ist ein Buch davon werde ich nicht satt na gut ich habe hier alle drei Häuser durchgeguckt ich komme nach Süden nach Süden nach nach Süden doch da liegt was das ist das Worte kürzlichen Tablet könnte man ja mal mit es nie verkehrt ist nie verkehrt denke ich wenn wir hier noch ein bisschen auf dem Dach rum der Fall nicht runter nee ist ja abgesichert obwohl das heißt ja nix dann packt das hier gleich wieder ein bisschen rum aber die Inselgarten schwupps bist du auf dem Boden auf dem Boden der Tatsachen oh man ja zumindest finden wir jetzt relativ zügig hast du am Sonntag Zeit? ich denke ja weil dann könnten wir da vielleicht ein Stream machen es ist mal noch nix eingeplant ne ich denke da sollte ich Zeit haben das wäre nämlich voll cool wenn wir dann keinen Bock haben dann spielen wir einfach Dota das können wir auch machen das habe ich zwar seitdem wir das letzte Mal zusammen geschickt haben nicht mehr gezockt aber verletzt man ja nicht also ich habe mit den Sniper den konnte ich jetzt eigentlich ganz gut und dann habe ich jetzt mit Windranger angefangen die kann ich eigentlich auch ganz gut und jetzt wollte ich mal von den wo man die ganzen Helden aussuchen konnte da wollte ich jetzt mal den scheiße Mipo heißt der glaube ich den wollte ich mal ausprobieren ich weiß nicht mehr wie die heißen ich habe mir die aufgeschrieben ach da ist der Orangenmann wieder so ich bleibe mal hier in der Stadt und ich durchsuche mal ein paar Häusers mach das hier glaube ich soll die Karte checken das da könnte das sein gut was heißt ich habe die Hälfte des Weges jetzt hinter mir die Hälfte des Weges das habe ich schon ja mehr hast du nicht gesagt was ist das Desinfektant Spray ich bin durstig rein damit nein jetzt sind wir schon mal so nah beieinander ich habe das auch schon getrunken mach mal nicht so einen Aufstand oh ein paar Häusern das ist gut gehen wir an boah ey ohne die App ne wir werden so aufgeschmissen ja da müssten wir uns merken was wo ist ich weiß ja ungefähr wo die Hauptspawn Orte sind das weiß ich ja schon mal so ungefähr das einzige woran ich mich äh orientieren kann ist das einmal das Wasser links ist und einmal das Wasser rechts hm mehr aber auch nicht muss ja aber nichts heißen je nachdem wie du da stehst ne ja es kann auch sein dass wir dann aneinander vorbeilaufen das kann auch sein ja hier ist gar nix ok I'm on my way again oh ich hab irgendwie Lust heute Abend zum Einschlafen Stromberg zu gucken mach das ich halte dich nicht ja hab ich auch vor dann mach ich auch so ich trinke mal ein bisschen Wasser hier war doch irgendwo eine Pond Mensch hier von dem trinke ich jetzt wo war das denn ok hinter dem hinter dem Haus hier müsste das sein ne aber hier hinter bestimmt ja da ist eine Pond und das war die die das letzte Mal nicht funktioniert hat die Sonne steht im Süden die Animation ist schön vom Wassertrinken da kommt jetzt immer mehr rein das wird jetzt immer mehr zur ja schon fast ich möchte jetzt sagen das wird ja schon fast zur Beta ich weiß nicht irgendwie bei mir auf der Arbeit beschweren die sich nur noch über das Spiel und irgendwie weiß ich nicht aber ich finde das irgendwie cool dass man das so miterleben kann wie das so wächst das Spiel hm niger erschossen werden das wäre noch ganz toll so ist wie ein Kopf ein was ein Kopfgeldsystem achso ja das wäre cool weißt du wenn du wenn du hinterrückst so heißt es hinterrückst dann müsste ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt werden obwohl das wird dann dann eher weg vom Survival-Game hinzu äh dausend suche ich den Spiel das Kopfgeldjäger aber man könnte so einen Modus ja einbauen ok muss ich das machen unabhängig unabhängig vom Spiel hey Madame ich hab doch eben grad was getrunken jetzt beschwer dich doch nicht ja aber einer hier beschwert sich dass er verhungert ja gegessen hab ich auch noch nix ne so ein bisschen ich denke ich hab's geschafft was ist das da ich weiß es nicht ich bin grad auf jeden Fall auf der Straße auf der Straße? ah da vorne läuft was ich kann da jemanden sehen was was ist da los da läuft was sagt sie und du rennst ich renne ja ich komm direkt vom Mensch nicht bis bin ich gleich tot hallo hallo ich weiß nicht hier geht das ich du setz dich erstmal hin das ist auch ok so gibst dich auch im Knien da nimm den hier ja klatschen kann ich auch noch schön das ist gut gemacht so ich geh mal davon aus du hast in den Häusern so ziemlich alles abgegrast was man abgrasen konnte ich bin mal hier und da im Haus ich hab jetzt aber nicht alles durchs Wucht da wo die Türen offen sind dann müsste es eigentlich drinnen gewesen sein dann lass da mal reingehen nichts nichts hier ist doch so viel ja das ist genauso wie in den anderen Häusern tja ähm ach fuck nee das machen wir das nächste Mal mit dem Besterben oder wenn wir in die Richtung gehen weil wir wollten ja eigentlich zu dieser also wir hatten uns also ich hatte mir ja mal ein Ziel gesetzt dass wir vielleicht zu dieser einen merkwürdigen ähm Stadt da gehen wo das so total industriell war mhm aber dann hätte ich zu dir laufen müssen aber so laufen wir jetzt irgendwo auf wo laufen wir denn mal hin? such dir was aus bloß nicht das Air Strip das mag ich nicht mehr nee was ist das denn? naja immerhin mal zum anziehen was ist denn Rock? wollen wir noch Rock? die auch klar hast du es mal gesehen? Rock Rock? wo du das ist? nee Rock nein ok wir müssen ähm ach da Rock ok ja geh 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 gut 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 hier da lass uns hingehen ja da müssen wir fadet nix wie lang mehr als fangen ja brauchst was zu trinken ja zu trinken nicht hier zum zu essen aber ich hol mir noch mal was von der Pond ok das ist ich folge dir mal unauffällig da Brunnen es ist ein Well nee es ist ne Pond ne Pond ne Pond ne Pond ist ne Pfütze oder so ein kleines äh ja ein Tümpel ey ne Pond yeah sehr Only Pond Ich hab ne Batterie, willst du dann lecken? Ich hab auch noch eine, komm ich leck mal dran. Lick. Oh, immer noch nicht energised. Oder, ne, hydrated. Hydrated. Der leckt tatsächlich dran. Ah, jetzt. Ne, jetzt kaut der wieder drauf rum, schön. He feels pretty fully charged, schön. So, wir mussten dann wieder zurück, ne? Ja, aber hier hinten bei den Gleisen da lang. Wo bist du? Hinten bei... Ja, du hättest auch zur Straße laufen können. Ja, dann lauf ich zur Straße. Ach, da ist eine Polizeistelle. Ja, da war ich aber schon drin. Oh, da warst du schon drin. Hm. Ich lauf... Gleise zurück zur Straße, ich hab dich grad gesehen. Da bist du. Hallo. Hier die Straße müssen wir lang. Hinten in den Häusern weiß ich aber auch nicht. Dann lass mal gucken. Geh mal in das Grüne. Ne, das ist nicht offen. Trotzdem mal das Grüne da. Ja. Ein Moped-Helm und irgendwas Orangenes. Eine... Orange! Orange? Hm. Bist du rothungrig, oder? Äh, ne, da bist du als... Ja, wohl doch. Das könnte schon rothungrig sein. Ja, dann nimm du die Orange hier. Ja, ich bin hier in irgendeinem Haus. Ich hab dich schon gefunden. Liegt da irgendwo ne Ecke. Ja, komm isses. EAT.